Hallo zusammen, zur folgenden Aufgabe. Was ist das Ergebnis dieser Aufgabe? Minus 7, minus 2, minus 1 oder 3? Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Kommen wir zur Auflösung. Wir müssen zuerst die Potenzen berechnen, also das und das. 3 hoch 2 ist ja 3 mal 3, also 9, den Rest übernehme ich alles. Und 5 hoch 0, jede Zahl hoch 0 ergibt immer 1. Jetzt zuerst Punkt vor Strichrechnung. Wir rechnen also zuerst 2 mal 9 und 4 mal 5. 2 mal 9 ist 18, das Minus übernehme ich. 4 mal 5 ist 20 und die Plus 1 übernehmen. Jetzt von links nach rechts. Also zuerst 18 minus 20 ergibt Minus 2, die Plus 1 übernehmen. Und Minus 2 plus 1 ist Minus 1. Richtige Antwort, also Antwort C. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr richtig wart und teilt dieses Video doch mit euren Freunden. Danke und bis zum nächsten Mal. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal.